Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Skylanders Track-Team und wir müssen jetzt endlich mal die Troll-Rakete klauen. Alle Gebiete gefunden? Doch schon? Tatsache, das gegnerische Ziel noch nicht erreicht. Und zwei Hüte fehlen. Ich denke, das sind die Quests, die fehlen. Ich möchte was zu essen. Hey, du bist hoffentlich nicht hier, um unsere supergeheime Rakete zu klauen. Ups. Vielleicht hätte ich unsere supergeheime Rakete besser nicht erwähnen sollen. Aber ich schätze, sie ist sowieso nicht mehr so richtig geheim, da du sie direkt vor dir sehen kannst. Außerdem bist du zu spät. Eine neue Arena. Ich möchte wechseln. Weg mit euch. Weg, 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 weg. Keine süße Böhmchen machen mir gar nichts aus. Ja! Oh oh. Hihi. Oh ja, ich habe mich gerade daran erinnert, dass wir ja Kanonen haben. Oh. Lass das. Wow, Junge! So, da hinten. Ja, der ist auch weg. Oh mein Gott. Weil das mit dem Böhmchen finde ich gar nicht so toll. So, da ging die Kanone auf. Wir dürfen nur nicht direkt auf den gelben Linien stehen, wenn so ein Ding aufgeht. Wow, 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 wow. Wo, 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 wo. Wunderbar. Der ist gleich mit draufgegangen. Ich schicke Wellen von Gegnern und versuche, euch mit einer Kanone zu treffen. Alles gute Ideen. Also, vielleicht mach ich da einfach weiter. Eventuell. Bis jetzt. Macht mir das nicht viel aus. Ich hasse diese Verfolgerbomben. Ihr Skylinder seid ehrlich gesagt ziemlich gut. Natürlich. Natürlich bin ich gut. Oh, Bombe. Und mit Zulu kannst du einfach richtig schön draufbessen. Von nun an bin ich bekannt unter dem Namen. Dreadpack. Dreadpack. Oh, erschießt irgendwas? Tja, das nennt man dann wohl mitgefangen, mitgehangen. Jo, 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 jo. Hau mal rein. Was hier wieder los ist? Aber er ist gleich down. Er ist gleich down. Der kleine Panzer stört ein bisschen, aber... Wo bin ich? Da bin ich. So, gleich bisschen fertig. Oh, 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 oh. Ich auch. Ich hab gar nicht auf die Raketen geachtet, ehrlich gesagt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hallo. Ich bin ein Böhmchen. Los, 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 los. Nein. Er haut so schnell ab. Das ist das Problem. Dreadpack besiegt. Wasserfalle, okay. Steck eine Wasserfalle ins Portal, um diesen Zucken zu... Tschüss. Nun hab ich dich. Drauf da. Oder rein da. Je nachdem. Also, das war eine hervorragende Demonstration von Arena-Kampffälligkeiten. Und jetzt, wo wir die Rakete von den Trollen haben, kommen wir damit direkt in die Sky Highlands. Das wird ein Knaller. Darauf ein Boom. Ich wollte schon immer eine Rakete irgendwo hinfliegen. Das gehört zu den schöneren Dingen im Leben, Kompadre. Ganz oben auf der Liste. Neben Pingpong und Enchiladas. Magst du auch Enchiladas? Habe ich einen Mund? Bäh. Okay. Gegnerisches Ziel haben wir nicht erreicht. Okay. Und es fehlen zwei Hüte. Das werden die Quests sein, die wir nicht machen konnten. Habe ich gar nicht stark im Gefühl. Und es kam ja etwas kurz vor, das Kapitel. Ein klein wenig. Wir haben die Rakete. Er ist bereit für eine Reise zu den Sky Highlands. Ähm, ich sag's nur ungern. Aber dort ist es voller Luftpiraten. Die sind grausam, rücksichtslos und übermäßig fies. Und das waren auch ihre guten Seiten. Wenn du glaubst, du kannst es mit ihrer ganzen Armada aufnehmen, mit einem kleinen Schiff, dann bist du verrückter als er aussehen. Es gefällt mir nicht, aber er hat recht. Das ist zu viel für ein Schiff. Und ich sehe wirklich ziemlich verrückt aus. Hi. Wir dachten, ihr könntet etwas Hilfe brauchen. Ich habe einige alte Flugmaschinen aus der Vergangenheit der Skylands geborgen und sie kampfbereit gemacht. Ich würde sagen, wir haben eine Staffel. Nehmen wir es mit den Luftpiraten auf. Ja! Ja, ja, wuhu. Ich würde sagen, wir setzen direkt dort mal den legendären Schatz ein. Wo denn? Ach, da! Okay, und wir könnten mal wieder eine Heldenherausforderung machen. Ich habe schon wieder Held gesagt. Schicksalsherausforderung. Es sind ja auch nur noch zwei. Deswegen war zwischen den letzten Kapiteln eine etwas längere Pause. Und wir probieren uns mal hier dran. Ich weiß, was du denkst, Skylander. Wie kann ich Chaos, den Höhepunkt meiner fiesen Perfektion noch übertreffen? Ganz einfach. Hier mit! Na, herzlichen Glückwunsch. Erstmal holen wir den Giant ran. So, weg damit. Dann brauchen wir Magie. Hier. Lightcore! Und Mechanik. Ohne Gold? Keine Ehre! Ganz genau. Dann kann es auch schon losgehen. Uiuiuiuiui. Welle 66, Leute. 66. So. So. Kapiti, putti. So. Ja. Das ist nicht so schön. Überhaupt nicht. Huiuiuiuiui. Ich wurde ja voll weggeschneidert. Weg mit euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Armer, Schicker, Happy. Der geht hier voll drauf. Ich hätte gerne was zu essen. Ja, ich weiß. Der Turm wird angegriffen. Ist jetzt aber nicht so wild. Müsste den Turm heilen. Er schießt mit Sachen, mit Raketchen. Was kannst du noch? Oho. Aua. Könnte irgendjemand was zu essen abdrücken? Autsch. Auch hier muss man vorsichtig sein. Oh Gott. Vor allem jetzt. Da ist was zu essen. Super. Super, super, super gut. Ich meine, ich mag Trigger Happy. Vor allem wegen seines Fernangriffes. Aber er scheint hier so schwach zu sein irgendwie. Das auch nicht. Oh, du hast vielleicht gedacht, in der Herausforderung gäbe es keine Fallen. Aber da liegst du falsch. Ja, ja. Falsch war falsch. Ja. Was ist das? Skylander, halte dich bloß von diesen wirbelnden Wirbelstürmen fern. Sie verlangsame dich sonst. Toll. Dann erstattet. Dann macht das doch gleich noch mehr Spaß. Da, 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 da. Wunderbar. Ja, ja. Halb so wild. Das sieht schön viel ab hier. Ich muss nur treffen. Oh Gott. Nicht, 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 nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Lass meinen Turm in Ruhe. So. Lass mich. Wunderbar. Ach, da sind noch welche. Ja, ich will erst das hier runtersetzen und Attacke. Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen, kaputt. Na toll. Na toll. Das Wirbelstürmchen kann direkt mal hier weggehen und... Du bist platt gemacht. Ja, 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 ich, ich hab hier eine wichtige Mission. So, 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 so. So. Ihr lasst das mal da sein. Der nächste Turm geht kaputt, ich seh's doch. Ich treffe nicht. Ich seh nicht, ob ich was treffe. Oh. Jetzt konnte ich's sehen. Mann, oh Mann. Oh, das Licht-Element wurde jetzt hier in die Arenen, in den Herausforderungen mit eingeführt. Interessant. Dann wollen wir doch gleich mal unseren Nightlight benutzen. Hier mit dem Sturm. Hallo. So. Der Nightlight ist ja auch ganz stark, denke ich, ne? Seht mein Licht. Er ist ein Tripmaster, er muss stark sein. Aber Level 9, hm, nicht so gut. Oh, schön. Aber er hat auch viele... ...viele, viele Happy. Aber keine Fernangegriffe. Ich hätte ihn vielleicht verbessern sollen. Und ich habe noch jede Menge mehr in der Hinterhalt. Stopp mir. So. Putti, putti, putti. Ja, ich bin hier gerade beschäftigt. Ja. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Der Turm geht da wieder kaputt. Oh je, beide gehen kaputt. Super. Gut gemacht. Arschgeige. Ja, jetzt auch noch die Kiste, oder was? Der schicksalhafte Schicksalskiste wird angegriffen. Äh, geh runter, geh runter. Flieg. Flieg. Schneller. So, du lässt mein Türmchen bitte in Ruhe. Er ist kaputt. Okay. Die machen immer Türmchen kaputt, die Kanonen. Das finde ich doof. Die hauen hier ganz schön rein. Ja. 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 Natürlich. Ja. Ja, lass mich in Ruhe. Ich kümmere mich erst mal um alles hier. Das ist mein schöner Lichtturm. Ach, du Scheiße. Alle meine Türme sind weg. Da ist was zu essen. Lass es sein. Geh kaputt. Die Anzeige ist nicht schön. Die ist nicht schön. Aber es kommt eh kein Gegner mehr. Los. Stirb. Juhu. Oh mein. Ja, ich weiß, dass das keine Mechanik ist. Danke. Ich finde sie alle. Das ist auch kein Mechanik, Skylinder. Aber hierfür doch ganz gut. Level 10 ist einfach zu niedrig. Okay. Das ist ganz schön knifflig hier. Urlaub ist eigentlich ganz gut im Damage machen. Aber erstmal brauche ich einen Luft, Skylinder. Höhen und Tiefen. Ach, du bist auch nicht so überragend jetzt. Deswegen hole ich mal Waller. Der Hammer haut rein. Allein weil er sowas Tolles macht. Bamm, 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 bamm. Ist doch schön. Es ist wunderschön. Aber wie wir uns in dieser Herausforderung weiterhin schlagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss schon sagen, die Herausforderung ist doch ziemlich lang geworden. So 15, 20 Wellen ist ein bisschen viel. Daher hier ein Schnitt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Bis dann. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei.